Hallihallo, willkommen zu Heroes of the Storm, Season 1 hat vor wenigen Tagen, wo ich jetzt gerade aufnehme, gestartet und das ist jetzt mein siebtes Ranked, also ich bin ja noch in der Placement-Phase, man muss ja zehn Ranked abschließen, bevor man eingestuft wird, ja, wie gesagt, das ist Nummer sieben, drei gewonnen, drei verloren, das letzte nicht zuletzt dadurch, dass das Team damit beschäftigt war, sich gegenseitig verbal zu zerfleischen, ich sag's immer wieder, es bringt nix. Konzentration gegen Flöten, zwei, drei dumme Aktionen und verloren, naja, wie auch immer, jetzt hoffen wir natürlich auf einen Sieg, ich hatte den aller, 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 allerletzten Pick und ja, mir wurde die Rolle des Supporters zugewiesen und deswegen habe ich dann, ja, Präger genommen, wie man sieht, ja, leider kann ich diese schicke Mount hier dann natürlich nicht benutzen, wir sind ja in der Wolf-Form, aber wie auch immer, darum geht's ja nicht, wir wollen gewinnen. So, na buddy, Wolfsfreunde, genau, okay, ja, und natürlich haben wir Asmodank, ja, wir haben auch zwei Specialists, äh, ich weiß ja nicht, ich bin kein Fan von Asmodan, Double Specialist, sag ich mal, äh, ja, manchmal haut's hin, meistens eher nicht, meine eigene Erfahrung ist das zumindest, naja, mal sehen, ansonsten haben wir wenigstens mit Zral noch gut Damage, ja, das wär drin, okay, allerdings haben die Gegner, so wie ich das sehe, deutlich mehr Schaden, war das gerade ein Buch, Buch, okay, Oh, Backe Ja, keiner ist gestorben, interessant, die haben einfach mal, nee, da hat auch irgendwie was anderes gefokust, deswegen ist auch keiner von uns gestorben, das ist gut Oh, oh Na, verdammt nochmal Ja Zeig Voll cool Okay Ja, das war jetzt kein so guter Start, Johanna, du bist schon mal tot, äh, na, wenigstens konnte ich die Gems retten, das ist schon mal wichtig, äh, wichtig Ja, wichtig ist das Gut, äh Gut, äh, ich geh mal hoch, dem Zral ein bisschen helfen Ja, da pingst du immer so eine Sache, ne Ich meine, die Maps, die Maps sind hier sowas von klein Da sind die Gegner meistens schon oben, bevor du gepinkt hast Außerdem kann man ja nicht alles vollpingen, manchmal ziehen sie sich auch nur zurück Sehr gut Ja, ja, von wegen hier abgeben wollen, ne So, ich geh mal gerade Mana holen So Cool, early, wen warnt der jetzt? Earlier Achso, wahrscheinlich Johanna, oder? Oder mich? Nee Und down Na ja, Mist Okay, dann werde ich mal Uh Dann werde ich auch mal bezahlen gehen Ach, verdammt nochmal Er hat den nicht erwischt Schade, schade Ich hab ja auch mal gesagt Fress Zett, hä? Ohoho, haha Ah, Mist, hab ich noch eine halbe Minute Äh, nehmen wir Cleans? Da hab ich den schon, ne? Oh ey, wieder so einer, der sich nur beschwert, oder wie? Ah, Mazebo da Oho Oh mein Gott Die Gems, die Gems Ah, sorry Okay, die haben ein ganzes Level Vorsprung, oh das ist echt kein guter Start hier Okay, sehr gut Das war schon mal gut, fünf, glaube ich, sind das hier weniger Okay Okay Ich habe keine mehr, ha 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 Bäh Bäh Wäh Ich, boah, bin ein Cooldown Und tot Mist Ah, du bist auch down. Ah, 22 Gems! Verdammt! Und das war auch 24 Gems So ein Mist Das ist immer noch etwas zu verletzen Wir haben kein gutes Zusammenspiel, irgendwie klappt es nicht Das ist so mein Eindruck Hm Oh Ja okay, natürlich haben wir jetzt auch verloren, weil die schon Level 10 waren hier nicht Oh, Sral Ja okay Super Und wieder Diese blöden Dinger Oder? Ja Woh Woh Okay Sehr schön Sehr gut, Anna down 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 4 4 5 3 5 5 5 5 5 5 6 8 8 9 9 10 10 11 10 11 11 12 12 13 14 15 15 15 16 16 15 15 15 22 22 20 27 Descend, Red Reavers! Es ist nicht alles in deinem Weg! Es war mal unklug, es war unklug. Das hört sich noch nett an. Ok, jetzt werden die Ulti gut. Ja, auf dem Weg, ne? Ah, sie kriegen ihn nicht, ok. Huch, hat er sich noch weggerollt? Naja, wie auch immer. Na gut. Aber jetzt wenigstens mal pushen. Irgendwas müssen wir doch mal machen. Ich meine, wir haben schon fast alle Forts verloren. Und die haben nicht mal eins von denen angekratzt. Oh, ist das traurig. Oh, ist das traurig. Oh, Mann, oh, Mann. Ja, gute Idee. Der kann ja Gedanken lesen, der Mann. Die Frau. Das S. Ah, sehr schön. Nein, geht er weg. Oh, entschuldigung. So, ich kann ja nicht stacken Cloud. Nee. Okay, ähm. Was machen wir? Das ist eine gute Frage, ne? Das ist eine gute Frage, ne? Ah. Ich kam nicht ran. elaborate auf. Uh. Okay. Okay, dritter. Okay, dritter. Okay, dritter. Jetzt ist das echt gut. Okay, dritter. Dritter, dritter. Okay. Dritter, dritter. Yeah, genau. Dritter, dritter. Shit Ich wäre besser aufgehoben meine... Ja Es ist auch Reaktor Specials, das ist Mist Ich hätte mal Ulti besser als ich Ich hebe die jetzt auf jeden Fall fürs Thrall auf Das bringt nichts mit Mazebo Ich habe echt keinen Schaden Naja Z Haha Ah, dafür die Ulti rauszauern, du, ich weiß nicht Auch dein Q Ja, ich finde dieses zweimal Specialist wirklich... Also wenn dann zwei Supporter oder zwei Tanks, das ist gut Aber zwei Specialist, das... Ich weiß nicht... Wow Naja, da war ich noch nie ein Fan von, aber gut Gut Ich wollte gerade sagen, hoffentlich machen sie nicht den Boss, aber ohne Diablo wohl nicht Hehe Hm Okay, Astral hier links wieder... Ab Ja, too deep, würde ich sagen Wir könnten bezahlen... Ah Wir könnten bezahlen... Ah Ah Oh no... Das ist doch nicht wahr So ein Loot Ulti Go, go... Und Ich bin, ich bin mal Auf Ja Ich bin kita Ja Ja Ich bin, 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 ich bin... Geht auch noch drauf zu. Oh, ich hätte zu gern wieder mehr Mana. Aber hier ist ja keine blöde Fontaine mehr in der Nähe. Oh, sehr schön. Leady down, das ist immer sehr, sehr hilfreich. Vielleicht wird's ja jetzt doch noch was, wer weiß. Was nehme ich denn jetzt? Auf jeden Fall, runter. Sehr schön. Ja, alles klar. Ja. Könnten wir also langsam mal wieder zurück, würde ich sagen. Don't be afraid. Ja gut, Zagara ist nicht da. Ich muss auf jeden Fall zwei schützen. Ja, jetzt müssen wir weg. Ah, Mist. Ja, komm Leute, wir kriegen ja doch. Schnell. Ah, ich hätte mehr aufpassen sollen. Ich muss natürlich auch nicht nur Rega, Erkatsch, Zral im Blick behalten, sondern natürlich auch darauf achten, dass ich nicht unbedingt in die Apokalypse laufe von Diablo. Wäre ganz hilfreich. Na gut, blöde Fehler passieren halt. Meins. Oh. Tja. 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 Und da Red. Tja. 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 Ah, mit dem Webweaver sie wird zurückziehen, würde. Uh, Backe. Impossible Ich hab doch gerade Cleans gedrückt Scheiß Entschuldigung, das darf ich ja gar nicht sagen hier Ja, das war's dann Oh man, wir hatten es noch so gut rumgerissen Tja, das heißt dann wohl 3 zu 4, Mist Wir hätten einfach weg, zurück gehen sollen, ich mein... Ah, das war wieder so... Ein unglücklicher Engage meiner Meinung nach Erst die Webbeefers weg und dann kann man angreifen Na ok, sie machen das jetzt wahrscheinlich... Na wohl... Ja doch, das machen sie zu Ende Ah, GG weiß ich nicht Ja, mal gucken, wo ich dann eingroupiert werde jetzt, ne? Mit hier... ...viel Niederlagen schon, das ist äh... Traurig So geht's Naja, gut Naja, gut Kannste nix machen Werde ich mich wohl nachher dann... ...oder später noch hoher arbeiten müssen Keine Ahnung Ach, ich krieg auch immer nur Support Haha, na egal, wir sollen ja nicht so viel meckern Es hat trotzdem irgendwo Spaß gemacht, natürlich Wäre ein Sieg, äh... ...schöner gewesen, aber... Ah, vielleicht gewinne ich ja die nächsten 3, noch mal sehen Ich denke... ...das war das einzige Placement-Spiel, was ich jetzt aufnehme Ich will das jetzt noch schnell hier... ...äh... ...zu Ende machen Und dann mal gucken... ...ob ich in Bronze oder in Silber starte, ne? Hehe, naja... Ok, dann... Ja, vielen Dank fürs Zuschauen Und bis zur nächsten Folge Bis dahin und... Ciao!